Herzlich willkommen zum Kelea Stillkurs. Ich bin Alexandra, Hebamme und Stillberaterin und ich freue mich riesig, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast. Möglicherweise bist du gerade schwanger und möchtest dich auf die Stillzeit vorbereiten oder du hast vor kurzem dein Baby bekommen und suchst gezielt nach Tipps und Tricks und Unterstützung. Ich nehme dich an die Hand und begleite dich durch diese wunderbare Reise deiner Stillzeit. In diesem Stillkurs erfährst du alles über die Vorbereitung deines Körpers schon in der Schwangerschaft, über die Anatomie der weiblichen Brust, die Physiologie, der Laktation und auch über das Zusammenspiel gewisser Hormone. Ich erkläre dir, wie du deine Milchproduktion anregen kannst und wie du gezielt mit Hilfe einer Milchpumpe deine Milchmenge steigerst. Außerdem zeige ich dir, wie du deine Muttermilch aufbewahren und lagern kannst. Im Anschluss daran geht es um die Stillpositionen. Ich zeige dir die häufigsten Stillpositionen und wie du dein Baby richtig an der Brust anlegst. Im nächsten Schritt sprechen wir über die Gewichtsentwicklung deines Kindes, über die normale Stilldauer und die Trinkmenge deines Kindes. Ich erkläre dir aber auch die frühen Hungerzeichen deines Babys. Im Anschluss daran sprechen wir über die häufigsten Stillprobleme, wie sie entstehen und was dagegen helfen kann. Ich erkläre dir alles rund ums Thema Ernährung in der Stillzeit. Wir sprechen aber auch über die Rolle deines Partners und deiner Partnerin. Es geht auch um die Sexualität und die Verhütung während der Stillzeit. Außerdem gebe ich dir Tipps an die Hand, was du beachten musst, wenn du erneut schwanger bist, aber dein Erstgeborenes durch die Schwangerschaft hinweg weiter stillen möchtest. Ich erkläre dir alles zum Thema Tandemstillen, Langzeitstillen und Abstillen. Ich empfehle dir, den kompletten Kurs einmal in der chronologischen Abfolge durchzuschauen, damit du auch die Zusammenhänge der einzelnen Aspekte verstehst. Im Anschluss daran kannst du aber auch gezielt in die einzelnen Module eintauchen und dir alle relevanten Informationen herausziehen, die für deine Situation gerade wichtig sind. Und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Stillkurs und eine wunderbare Stillzeit.